Als Präsidentin der Rheinischen Landfrauen kann ich sagen, Landfrauen sind engagierte Powerfrauen. Verantwortung und Eigeninitiative sind die Werte, die uns verbinden. Über Generationen hinweg und mit den verschiedensten beruflichen und familiären Hintergründen arbeiten wir für eine hohe Lebensqualität im ländlichen Raum, auch und gerade bei Umweltthemen. Vernetzt über unser Bundesland hinaus sind wir im Deutschen Landfrauenverband und im Weltlandfrauenverband organisiert und nutzen das Miteinander, um voneinander zu lernen und unserer Stimme noch mehr Gewicht zu geben. Wenn Frauen auf dem Land eine Zukunftsperspektive haben, dann haben Familien dort eine Zukunft und dann hat auch der ländliche Raum eine Zukunft und bleibt lebens- und liebenswert. Darauf wollen wir heute mit dem Weltlandfrauentag hinweisen.